Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Scarfus Kid Serie. Wir spielen heute wieder das MLG-Kit und ja, mal schauen, ob wir mit dem MLG-Kit was reißen. Wir haben eine Enderperle, das heißt, ich gehe nicht direkt in die Mitte, Leute. Ne, ich hebe mir die auf. Ich kenne mich, ich bin dumm genug, ich fall öfters mal runter und deswegen, ich hebe die mir lieber auf. Obwohl ich jetzt die Ultra-Scheiß-Rüstung der Scheiße habe. Oh Mann, habe ich Scheiß-Rüstung. Egal, ich mache mir mal eine Spitzhacke. Und Leute, wie gesagt, bei 1000 Likes kommt morgen wieder direkt die nächste Folge Minecraft Scarfus Kid Serie. Ihr feiert die Kid Serie des Todes hart und ich feiere es natürlich auch und Leute, mega cool. Leider haben wir gestern das Kid verkackt, aber egal, spiele ich halt heute nochmal das MLG-Kit. Ich versuche das Kid ein bisschen zu benutzen und ja, ich glaube, ich habe gestern die Bewertung auch ganz vergessen. Leute, ihr könnt auch mal eure Bewertung in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr das Kid? Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Es würde mich echt mal interessieren, so was ihr zu dem Kid sagt. Ich sage auf jeden Fall, dass das Kid mir relativ gut gefällt, weil es ist mehr so ein Fun-Kit, wo man ein paar lustige MLGs machen kann und so. Und ja, ich würde nicht sagen, dass es eins der besten Kits ist, aber es macht halt einfach Spaß zu spielen. Und das gehört natürlich auch dazu. Meine Videos sind eh immer darauf aufgelegt, einfach ein bisschen Spaß zu haben und nicht immer der krasseste MLG-Spieler der Welt zu sein und alle wegzurecken und so, Leute. Deswegen nehmt auch meine Videos nicht so ernst, weißt. Meine Videos sind immer nur so ein bisschen Spaß, ein bisschen Unterhaltung, dass ihr vielleicht mal lachen könnt, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, ihr habt schon mal gelacht bei meinen Videos. Aber ja, ihr versteht auf jeden Fall, was ich meine. Ich bin jetzt nicht der krasseste Minecraft-Spieler der Welt und ich will es auch nicht sein. Ich will einfach ganz gut sein, so gut wie ich halt sein kann, ohne... Hallo? Hallo? So, wir sind in der zweiten Runde und es fängt natürlich wieder super an, Leute. Richtig starke Aktion von dir, Fix. Ich bin stolz auf dich, ey, du bist der beste Minecraft-Spieler der Welt. Aber wie gerade eben schon gesagt, ich will nicht der Beste sein und von daher, ich werde auch niemals der Beste sein. Es wird immer Leute geben, die besser sind als ich. Ich versuche mich natürlich immer ein bisschen zu verbessern, aber, Leute, der Fix ist der Fix und der Fix wird immer scheiß sein. Und von daher, er verurteilt mich nicht, nur weil ich ein bisschen scheiße spiele. Okay. Ist hier keiner in der Mitte? Alter. Nice. Okay. Vielleicht finde ich noch einen Brustpanzer irgendwo. Ich habe ein bisschen Angst, dass gleich jemand kommt und ich dann ein bisschen unvorbereitet bin. Vor allem ohne Brustpanzer. Ich ziehe mal ganz schnell den an. Besser als nichts. Nice. Okay, dann ziehe ich ganz schnell die an. Okay, wir sind ein bisschen vorbereitet. Wir haben relativ gute Rüstung, das ist schon mal nicht schlecht. Da haben wir noch ein paar Dias. Da oben haben wir bestimmt auch noch irgendeinen Spaß. Okay, Level ist auch immer gut. Und dann schaue ich noch in die zwei anderen Kisten. Es ist einfach keiner in der Mitte. Alter, mega stark. Richtig gut. Sowas freut mich, Leute. Wir haben eine gute Chance. Bitte, bitte lass mich gewinnen. Ich will das MLG-Cut abschließen. Ich will nicht länger als zwei Folgen pro Kit brauchen. Und ich hoffe, das werde ich auch nicht. Aber ich denke nicht, dass ich das werde. Ich werde es heute auf jeden Fall besiegen. Es ist nur eine Sache der inneren Einstellung, Leute. Leute, ihr müsst an euch glauben. An das Herz des Minecrafts müsst ihr glauben. Nicht an das Herz der Karten, nein. Sondern an das Herz von Minecraft. Von Minecraft Skywus. An Fix den Skywus-Gott. Ah, ich glaube, unten ist auch noch eine Kiste, ne? Dann schaue ich mal ganz unten nochmal schnell in die Kiste rein. Hallo. Wer hier in der Mitte nicht full Dias wird, weiß ich auch nicht, ne? Hier hast du so viel Scheiß. Das ist krass. Das ist richtig krass. Wie viele Dias du hier eigentlich abfarmen kannst? So, zack. Dann kann ich mir ja fast schon einen Dia-Weg bauen. Okay, mache ich mir das und das. Und ich mache mir natürlich auch ein Diaschwert. Und vielleicht auch ein paar Level wären ganz cool. Weil dann kann ich mir meine Sachen verzaubern, die ich gerade gebaut habe. Das mache ich auf jeden Fall. So, das kommt schnell weg. Das kommt auch weg. Das kommt auch weg. So, so, so. Ich verzauber mir noch ganz schnell meine Sachen in einem Haus gleich. Aber dafür nehme ich mir noch ein paar Level mit. Ich habe auch noch 10 Level Fläschchen. Aber trotzdem nehme ich mir mal hier ein paar Level mit. Weil 10 Level Fläschchen sind jetzt nicht so der Hit. Und deswegen. Zack. 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 So, das passt schon. 5 Level schon mal davon. Dann gehen wir kurz hier hoch ins Haus. Und es leben noch 7 Spieler. Das heißt, das meiste haben wir schon überlebt. Ohne irgendwas zu reißen. Aber wir wollen ja hier auch gewinnen. So, Schärfe Knockback wäre schon cool. Aber da brauche ich erstmal hier die Level für. Willst du mich verarschen, Junge? Ähm. Hallo? Schärfe Knockback? Für den Fix vielleicht? Willst du mich... Nein! Oh Mann! Ich will nicht das. Das ist doch scheiße. Ist das doch. Okay, warte. Ich mache mir mal nochmal... nochmal ein Schwert. Ich will Schärfe Knockback haben. Die haste habe ich ja genug, ne? Zack. So, gib mir das. Dann gib mir so und so. Und jetzt vielleicht? Alles klar. Nur Knockback. Ja, machen wir uns halt so Schärfe Knockback zusammen. Kann man auch machen. Muss man aber nicht. So, Schärfe Knockback haben wir nun auch mal zusammengecraftet. So eine Kacke, ey. So eine Kacke. Okay. Ist egal, Leute. Ist egal. Dann schauen wir, dass wir die Leute jetzt wegwacken. Es leben noch 4 Spiele. Und ich habe nichts gerissen. Nice, Leute. Ihr wisst Bescheid. Nice. Okay, 2 sind da vorne. Und... Ich in der Mitte. Und da steht einer. Okay, hallo. Gibt es hier eigentlich Schneebälle oder so? Weil ich habe hier gar nichts bekommen, so was Schneebälle angeht oder was Eier angeht oder so. Ich glaube, die Mitte ist eigentlich gar nicht so eine Schneeballmitte und so. Ich glaube, da kriegt man sowas nicht. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich baue mich jetzt mal zu denen da drüben. So, wo sind die? Da waren doch gerade 2. Hä? Da ist einer. Wo sind denn die 2? Ah, da sind die 2. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Leute, ich warte mal ganz schnell, bis sich irgendwas ergibt. 1000 Jahre später. Okay. Leute, so kann man natürlich Skywars auch gewinnen. Ich habe mir gerade aus Langeweile ein paar Schwerter zusammengecraftet. Ich habe hier Schärfe 2 Knockback und hier nochmal Schärfe 2 Knockback. Aber anscheinend ist der hier beim Bauern runtergefallen. Ja, läuft bei dir. Wir haben eine Runde gewonnen ohne Kill. Ich glaube, das zählt schon vielleicht. Lasst auf jeden Fall einen Daumen oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ähm, und dann sage ich Tschüss, bis morgen. Und hoffentlich mache ich morgen 1, 2, 3 oder 4 Kills. Naja, ich sage einfach nur Tschüss, bis morgen. Danke fürs Zuschauen. In der Mitte könnt ihr jetzt abonnieren. Ganz rechts ist die Playlist von der ganzen Minecraft Skywars Kids Serie. Darunter findet ihr noch ein Video. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann Tschüss.